Einen wunderschönen guten Tag, Abend zu meinem neuen Vlog, zu meinem neuen Lied, das ich covern werde. Und zwar ist das, Trommelwirbel bitte, Counting the Days von Good Charlotte. Das Lied habe ich ausgewählt, stand nicht in den Kommentaren, in den Kommentaren stand schon eins, das würde ich aber nicht machen, haha. Das Lied habe ich ausgewählt, weil Laura es mir vorgeschlagen hat, ihr gefällt das Lied, mir auch, es macht sehr viel Spaß, das Lied zu spielen. Und darum werde ich es covern. Ich werde es nicht wie bei I Won't See Tonight ein One-Shot-Video machen, dass ich einfach so one try, zack, zack, boom, weg. Sondern ich werde da schon ein bisschen länger dran arbeiten, weil ich denke, dass ich mich ein paar Mal verspielen werde, weil es ja total assi ist, weil da so ein blödes Hyatt-Gedülz drin ist. So ein Schlagzeug, ich habe jetzt neuerdings wieder, zum Glück, Resonanzfälle hinten drauf, Resonanzfälle, die waren zwischendurch ab. Dadurch klingt die Sache wesentlich besser. Ich habe in meiner Videosoftware eine Möglichkeit gefunden, wie ich den Ton des Schlagzeugs besser abmischen kann. Dadurch klingt die Aufnahme besser. Ich nehme endlich mal Drum-Mikrofone auf. Dadurch klingt die Aufnahme so ein bastiger und voller. Gefällt mir wesentlich besser als bei I Won't See Tonight. Trotzdem werde ich es nicht nochmal re-uploaden oder neu machen. Zumal ich auch die Original-Videodatei davon gelöscht habe. Ja, ich werde das Video entweder morgen, heute ist Freitag, morgen früh oder wann aufnehmen. Vielleicht auch noch morgen Abend, muss ich gucken. Sonst irgendwann nächste Woche werde ich das noch hochladen. Wahrscheinlich Mittwoch, Dienstag, Mittwoch. Bis dann.